Ich bin Mario Salani. Ich bin Berufsringkämpfer, aber nicht irgendein Berufsringkämpfer. Ich bin der Beste. Vor 16 Karat war ich in der Top-Form meines Lebens. Was dann passiert ist, wissen wir alle. Eine dreimonatige Pause aufgrund meiner Einstellung, meines Charakters, weil ich ein stabiler Typ bin, der sich nicht alles gefallen lässt. Drei Monate, in denen ich benachteiligt war, während alle anderen im Ring standen, Woche für Woche, sich vorbereiten konnten auf 16 Karat, auf das größte Turnier Europas, war ich gezwungen, daheim zu bleiben, nicht im Ring zu stehen. Nicht das auszuüben, was ich mehr liebe, als jeder von diesen anderen Catchern. Und dann habe ich verloren. Bei 16 Karat. Gegen den Karat-Sieger. Aber sind wir mal ehrlich. Wer interessiert sich für einen Karat-Sieger, der nicht die Klasse eines Mario Salani hat? Niemand. Absolut niemand. Niemand. Jetzt, da wir alle in die Zwangspolze geschickt wurden und unter denselben Voraussetzungen trainieren mussten, uns vorbereiten mussten, da wird sich zeigen, wer am härtesten gearbeitet hat. Und ich kann euch versprechen, dass niemand härter gearbeitet hat, als ich. Und deshalb wird auch niemand meine Winning Street unterbrechen. Shotgun ist mein Format. 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 Cut cho iter. ferkirterinaatis. Setgun sind ja zuletzt mit einerregelung Fedang. cold. Entsp inherit. St Park wird ausgeworfen.